was geht ab geht alles mit der netten video am start heute mal alleine unterwegs oder ihr werdet auch aufnahmen mit neo im hintergrund hören ich hatte mal wieder bock auf ome tv und ich habe auch eine andere app gefunden die ich auf youtube gesehen habe und zwar also heißt ich glaube ich brenne es mal hier ein oder auch nicht das seht ihr dann im video welche plattform das ist auf jeden fall ein paar lustige leute gefunden bisschen was aufgenommen neues video für euch und ja wenn ihr bock habt lasst ein like lassen abo da wollt ihr mehr ome sehen lasst ein like lassen abo da und dem mehr lustigen scheiß in das like lassen abo da ich würde sagen ab ins video schöne wandmalerei dahinten das was ich sagen wollte darf ich nicht sagen gerne schöne puppe das ist mein das ist mein cousin ja der sieht besser aus als du hallo ja mann deutschland heftig ja 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 total habe ich nicht erwartet und du auch aus europa komisch labern ich muss ja aufpassen wenn ich jetzt rausgehe ja ja da war nicht dass du mal von meiner tür stehst ich war es nicht ich war es nicht was hast du nicht alles stift ist ihn haben was soll ich da keine ahnung irgendwas klar los ich glaube bei dir vibriert irgendwas ja das ist mein handy ja wusste ich hätte ich jetzt auch gesagt nicht nichts falsches denken gell mhm ok auch rein sie sieht doch nicht ganz so weit aus ah mhm gar den anderen die 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 bist du nicht dieser riese heee Scheiße, ich wusste, er findet mich. Ja, ich find dich immer, ne? Pass auf. Ja, shit, ja. Pass auf. Zahm an, ne? Bruder. Kann ich mal eher... Ha, ha, ha. Hm, hi. Hallo. Hi. Warum hast du deine Hand vor dem Gesicht? Weil ich was im Auto habe. Achso. Ja. Schlapp. Schöne Decke. Ich hab da ein Brandstück. Was ist das, was, 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 was? Ich hab mit dem Feuerzeug da dran gehalten, so aus Spaß, und dann ist jetzt Schwarz geworden. Oh, Spaß, ja, Alter. Oh, Spaß, die Wurzelabschluss. Mach ich auch immer. Ja, Junge, ich war auch nicht mehr ganz bei Sünden, okay? Frag mich. Okay. Ich bin Ex-Feuerwehrmann. Ich bin Ex-Feuerwehrmann. Ich bin Ex-Feuerwehrmann. Ja. Ja. Schwarz. 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 Yo, so, woher we from? Ich bin Germany. Germany! Deutschland, 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 Deutschland! Deutschland! Nein, nicht gut. Ja, sehr gut. Es ist ein freundlicher Feuer, ich bin ein Immigrant. Mein Gott, ich verstehe leider nichts. Ich spreche nicht gut Englisch. Es ist sehr gut, sehr gut. Warum denkt jeder, dass ich Streamer bin? Kann man das mal jemand verraten? Warum du ein Set abhackst? Das kann auch ein normaler Gamer haben. Nein. Warum nicht? Weil meine Eier sind voll. Okay, nice. Ich habe es gerade nicht gehört, ich habe nur irgendwas mit Eier verstanden. Ich auch. Warum denkt jeder, dass ich Streamer bin? Woran liegt das? Äh, die Kameraqualität ist krass. Ja. Die LEDs hinten im Hintergrund haben die meisten Streamer. Und dein Mikrofon, weil man hört dich sehr gut. Dankeschön, aber das kann man doch eigentlich so normal zum Zocken haben. Ja. Aber die meisten Streamer. Ja, das verstehe ich aber. Jeder Zweite, der ich heute schon hier getroffen habe, hat gesagt, ich bin Streamer. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber... Aber hat jedes Team mal ne Wodka-Bulle im Hintergrund stehen? Wo ist ne Wodka? Hier. Man sieht die nicht. Ich schieb mal an! Äh? Man sieht nur deine Mix... Was ist das? Energy-Dinger. Monster. Los. Ich schieb mal die eine Klinge. Ja, ja. Oh, jetzt... ...Tüben, die wohnen... Nehmen dich jetzt nicht mal deine Klinge da. So, Bobby... Frage doch mal aus, ob das auch ein Streamer auf dem Tisch hat, jetzt sagst du deine Messe. was jetzt passiert internit standard skill das ist ein stream also das komatra wie land welt komatra wie land welt deswegen so schon wieder so eine ganze band oh mein gott bist du monte bist du monte dann können wir ins video ich bin zwar nicht monte aber ihr könnt trotzdem gerne in mein video hä wer bist du einer ja wir abonnieren dich wie heißt du auf youtube oder wieso ohne moment so ne ich mach auch kein twit ich hab's reingeschrieben das ist unter euren ganzen herzen untergegangen king kale warte 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 wo ist mein handy spielst du video wer von euch hat gesagt king kale ich wir abonnieren dich raus mit dir warte 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 king wer gewinnt bei der em ähm keine ahnung ich gucke kein fußball das hier das hier ja ja nein ich sehe gar nichts aber du drückst kanal nicht aber ich bin das trotzdem ja ja wenn ihr wollt dann gerne ich suche eh grad paar leute ja wollt ihr noch jemanden grüßen ja ich grüß meine schwester ich grüße die ganze 7e ja okay nicht alle ich grüß ach mein gott du grad mach sa majpus Wo ist Mia, bitte? Kenn ich leider nicht. Wo ist aber Lena? Die kenn ich leider auch nicht. Kennst du nicht, wo ist Lena? Keine Ahnung, die ist. Vielleicht schon mal im Keller. Ehrlich, darf ich da mal raus, Jason. Was? Du darfst auch gerne mal in meinen Keller reingucken. Also, boah, ich bin 15. Ich weiß nicht, was du mit mir anfangen willst, aber okay. Ich bin selber erst 17, aber... Also, komm her. Oh mein Gott. Okay, willkommen her. Ich war... Bist du ein Streamer? Yes. Wirklich? Yes. Wo denn? Auf YouTube. Zeig mal. Ich habe zwar gerade seit Wochen nicht gestreamt, aber... Aber ich mache Videos, ich mache Videos. Also, nur auf YouTube oder... Yes. Nein, nein, nur YouTube. Oha, 300 Abonnenten. Ah, du machst auch so, OmeTV. Ganz genau. Kann zwar jetzt auch nichts mehr, aber ich versuche jetzt wieder. Ich werde wieder... Ah nein, du hast 200 Videos. Doch, du warst ja von... Du warst gestern... Du hast gestern ein Video hochgemacht. Vorgestern. Nein, vorne vorgestern. Also, Video ist schon, aber gestreamt jetzt seit... Ich glaube, zwei, drei Wochen nicht mehr. Hattest du keinen Song rausgebracht? Also, er ist nicht mein Song. Ich habe nur Musikvideos dazu gemacht. Okay, das... Geil, Digga. Da könnte ich mir sogar ein Like dafür gucken. Nice, nice. Hallo, süßer. Das finde ich super. Okay. Das ist Spaß, ne? Danke, ich such noch mehr Leute. Danke, danke, bye. Gut. Warum bedankt er sich, wenn ich sage, ich such noch mehr Leute? Arschloss. Ich war es immer noch nicht. Nein? Nee. Nee. Kann jeder sagen, was er will. In Schule lasse ich mir nicht anziehen. Ich war es nicht. Okay. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wissen wir jetzt. Okay, gut. Was ist das Ding? Ja, ne? Ja, stimmt mich auch zu. Das ist gut. Das finde ich auch gut. Ja, finde ich gut. Wie ein Besten. Ähm. Ähm. Das war gut. Was? Du siehst du da aus. Ich war, ich bin gut. Ich war, ich bin gut. Ja, naja. Ich hätte jetzt auch 20. Ja, ich schätze. Ja, ich schätze. Ja, ich schätze. Okay, ah, der grenzt da. Gut, ich bin einer. Ich schätze eigentlich. Ich schätze eigentlich, ich bin gut. Ich schätze, ich bin gut. Wann, was? 18? 18? 18? 19 September. 19 September. Oh. 19 September. Da wird's ungefährlich. Da wird's ungefährlich. Ich sag's jetzt, wenn wir in Erfurt sind, wenn wir es eh sehen sehen. Ach, du bist das doch, du bist doch der, der uns die Wodkaflasche zeigt. Ja, genau, der ist es. Wie merke ich mir, wenn ich in der Nähe von Erfurt bin, dass ich dann immer das anziehen. Das anziehen. Okay, alles klar. Das ist gut. Warte, merken wir uns. Merken wir uns. Bitte mal. Ja. Ja. Danke schön. Was hat sich jetzt die Person in der Nähe des Prinzen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja gut, ich würde aber erst mal weiter nachzahlen. Ich würde dich aber erst mal weiter nachzahlen. Und ein paar Leute so. Jo. Mach mal so. Okay. Jo. Bestenne. Was ist das für dieses Geschenk? Jungs hat keine Angst vor allem für dieses Geschenk.